Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Willkommen zurück in der zweiten Fußball-Bundessieger mit dem vierten Spieltag und der wartet auf uns mit einem echten Topspiel, denn mehr Topspiel geht eigentlich nicht, denn der Tabellenführer nach drei Spielen und Obacht, der lautet SC Preußen Münster, unser Aufsteiger, der ist zu Gast beim Tabellenzweiten bei der Spielvereinigung Kreuter führt. Beide Mannschaften, beide Vereine also sehr gut in diese Saison gestartet, jeweils mit sieben Punkten, wobei die sieben Punkte beim Aufsteiger wahrscheinlich noch ein bisschen höher anzurechnen sind als Aufsteiger eben, schon sieben Punkte gesammelt und wenn man das Pokalspiel gegen Magdeburg auch noch dazu zählt, sind wir in den ersten vier Pflichtspielen ohne Gegentor geblieben. Also wir haben schon mal sehr früh unsere Form gefunden und wir wollen diese Form natürlich beibehalten und hoffen, dass es heute zu Punkten bei der Spielvereinigung Kreuter führt, führen wird. Wir sind zu Gast im Sportpark Rohnhof, so nennt sich das Stadion mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren hieß das Stadion noch Playmobil-Stadion, fand ich irgendwie immer einen der sympathischsten Stadionnamen ever. Schade, dass es mittlerweile nicht mehr so heißt. Aber genügend davon gehen wir zum Fußball über, wobei da ist relativ alles schnell erzählt, denn Friedwin Feige, Preußen Münsters Manager, schickt zum vierten Mal in der Liga die gleiche Startelf ins Rennen. Kör beim Tor, Rösela, Geassoda, Schwerst, Kammerbauer, Al-Hassami, in der Fünferkette Rizzi van Niv und Toko davor und die Doppelspitze mit Kobi Lansky und Lukas Söder. Diese uns richten heute am 16. September 2018 am heutigen Sonntagmittag 13.30 Uhr. Schiedsrichter ist Ansgar von Hauenstein bei heiteren sommerlichen Temperaturen. Also alles ist angerichtet für ein echtes Top-Spiel in der zweiten Liga. Wir gucken mal kurz auf die Parallelspiele. Oh, und da ist ein weiteres echtes Top-Spiel und ein sehr verhasstes Derby. Nämlich das zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Wird bestimmt auch ein sehr interessantes Duell. Zu dem Spiel Fortuna Düsseldorf, die wir am letzten Spieltag vor der Länderspielpause mit 3 zu 0 zu Hause geschlagen haben. Die spielen gegen den SV Sandhausen. Also, Preußen-Münster wirklich sehr, sehr stark gestartet, was man auch anhand der Formkurven der Spieler erkennen kann. Nico Neidhardt, das hattet ihr am Ende des letzten Partes nicht mitbekommen, hat er noch gefordert in die Startelf zu kommen, weil er momentan so gut in Form ist. Ja, das stimmt zwar, aber das gilt auch für all unsere anderen Akteure. Alle sind momentan gut in Form. Deswegen Neidhardt auch heute erstmal nur wieder auf der Bank, aber ich bin mir relativ sicher, dass er im Verlaufe der Partie für einen der beiden Außenspieler in die Partie kommen wird. Und damit würde ich sagen, gehen wir es an. Zweite Liga, Spieltag Nr. 4. Kann Preußen-Münster den überraschend guten Trend weiter fortsetzen? Bei der Spielvereinigung Kreuterfurt, wie gesagt, auch mit 7 Punkten gestartet. Welche der beiden Teams kann sich da vorne erstmal festsetzen? Ich wäre, ganz ehrlich gesagt, mit einem Punkt auswärts in Fürth auf jeden Fall zufrieden. Aber den müssen wir uns sicherlich hart erarbeiten. Und damit nochmal viel Spaß bei der Partie Kreuterfurt gegen Preußen-Münster. Und da kommen die Mannschaften auch schon aus Schmiefeld. Und hier die Tabelle. Und ihr seht schon, Etzgebi Raue war schon am Vortag im Einsatz. Hat sich da erstmal an den beiden heutigen Mannschaften, die hier im Einsatz sind, vorbeigemogelt. Hat vorübergehend erstmal den ersten Pavelenplatz. Erobert. Hauptaugenmerk liegt unter anderem heute auf Martin Kubilanski. Der war beim 3 zu 0 gegen Düsseldorf. Hier hatten wir ihn ganz groß im Bild. Super Nahaufnahme. Hat er zweimal getroffen und das dritte Tor auch mehr oder weniger vorbereitet, indem er Sturmpartner Höhler angeschossen hat. Wir gucken auf Fürth mit Mighieri im Tor. Wittek, Kalijuri, Guganik und Newe in der Viererkette. Pinter und Giasola auf der Doppel-Sechs. Aicicek, Umladic und Ernst im offensiven Mittelfeld. Und Duosun bildet den Neuner. Er trägt auch die Rückennummer 9. Einzige Sturmspitze. Und ihr habt es gerade gesehen, es kommt also heute auch noch gleichzeitig zum Bruderduell zwischen Klaus Giasola auf Seiten der Preußen aus Münster und eben Jürgen Giasola, Stammspieler bei der Spielvereinigung Kräuter führt. Werden wir hier nochmal unsere Startausstellung schnell sehen. 5-3-2, das neue Spielsystem. Damit hat sich die Mannschaft schnell, sehr schnell, muss man sagen, zurechtgefunden. Waschewski heute auch erstmal wieder nur auf der Bank, genauso wie eben Nico Neidhardt. Und da haben wir den großen Bild. Jürgen Giasola, 32 Jahre alt, 4-Jährchen, also älter als sein Bruder, auf der Gegenseite. Ist auch ganz interessant, beim Kader von Kräuter Fürth spielen einige Fußball-Brüder, sage ich mal. Wir haben auch in der Startausstellung Marco Caligiuri gesehen. Dessen Bruder Dani Caligiuri spielt ja in der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Die Partie läuft. Der Tabellenzweite gegen die Tabellenführer, zumindest nach den ersten drei Spieltagen. Partie läuft. Umladic mit dem ersten Angriff und den ersten Ballverlust Al-Hassami dazwischen. Die Fürther ganz in weißer Spielkleidung. Die Vereinsfarben sind da ähnlich wie bei Preußen Münster, grün und weiß. Aber zu Hause spielen sie meistens komplett in weißer Spielkleidung. Al-Hassami, erster Spielaufbau der Gäste aus Münster. Und zu Zitoko, Kobidanski, klasse durchgesteckt für Al-Hassami. Und der findet in der Mitte fast Joel Vaniv. Ich glaube, da war sogar noch ein führter Defensivmann zuletzt dran. Und köpft zurück zu Megiri, seinem ungarischen Schlussmann. Immerhin ungarische Nummer zwei in der Nationalmannschaft. Lange Ball Richtung Kammerbauer. Feder da von Wittek. Neuzugang von TSV 1860 München, der Linksverteidiger der Fürther. Und Kammerbauer ist der ehemaliger Klubberer. Der wird also bei den Fürther-Fans alles andere als beliebt sein. Giasola. Jürgen Giasola muss man da dazu sagen. Klaus Giasola kommt da nicht ganz an den Ball. Erster Angriff über Aicicek. Und Kammerbauer muss da erstmal alles geben, um diesen Ball aus der Gefahrenzone zu klären. No way. Gegenzug auf der rechten Seite über den ehemaligen Dortmunder. Der wirft zurück zum erfahrenen Giasola. Klaus Giasola. Nein, Jürgen Giasola. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da auch nicht die beiden Vornamen verwechsel. Klaus spielt bei uns. Jürgen auf der anderen Seite. Übrigens eine Aussage von unserem Giasola, also Klaus Giasola war mal, dass sein größter oder einer seiner größten Träume war, irgendwann mal in der zweiten oder in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen. Wobei er von sich selbst sagt, für die erste Liga sei er nicht gut genug, was ihn schon mal grundauf sehr sympathisch macht. Und er wollte irgendwann entweder gemeinsam oder gegen seinen Bruder auf dem Spielfeld stehen. Und dieser Wunsch hat sich hier und heute also erfüllt. Die beiden Brüder im direkten Duell gegen einander. Joel Vaniv. Weg zurück zu Tocco. Zurück zu Vaniv. Braucht den Ball auf den linken. Höhler braucht zu lange. Tocco. Und ganz rechts ist eine Menge Platz. Gut gesehen von Rizzi. Kammerbauer stellt sich zur Flanke. Lukas Höhler. Ball ist noch heiß. Alhassame mit der Flanke. Und Kopfball vom aufgerückten zu Tocco. Der Schweizer ist ja überragend in diese Zweitligasaison gestartet. Beim 4 zu 0 Heimsieg zum Auftakt zu Hause gleich mal drei Treffer gelandet. Nicht unbedingt seine Hauptaufgabe. Verletzung. Guganik, der österreichische Innenverteidiger ist angeschlagen. Auf Seiten der Gastgeber. Aber da unten macht sich wohl noch kein Ersatzspieler bereit. Geht erstmal also so weiter für den jungen Innenverteidiger. Guter Zweikam von Tocco. Der ist auch überall auf dem Spielfeld zu finden. Er ist echt der Inbegriff von Pferdelunge. Der Mann kann laufen und laufen und laufen. Als gäbe es kein Morgen. Wieder die Führter im Vorwärtsgang. Durchsuchen. Bekommt bis dato noch keine wirklichen Bälle, die er gebrauchen kann. Also die beiden Mannschaften neutralisieren sich hier bis dato. Yasola erstmal mit der Übersicht auf Rösela. Und der links raus auf Alhassame. Der hat mal ein bisschen Platz gegen Yasola. Kovilanski steckt durch zu Van Nief. Aber dem fehlt halt so ein bisschen die Grundgeschwindigkeit. Aber davon wussten wir ja schon bei seiner Verpflichtung. Wieder Alhassame beim Einwurf. Vielmal wieder über die Winkel. Angriffsseite bei den Preußen. Hassame und völlig frei. Nsuzi Tocco. Und er kann es selbst kaum fassen. Schlägt die Hände vors Gesicht. Das war eine Riesenmöglichkeit. Und hier haben wir nochmal Jürgen Yasola. Den Spielmacher mit der Rücknummer 10 auf Seiten der Führter. Einer der mittlerweile vielen erfahrenen Spielern auf Seiten der Führter. Die waren ja vor einigen Jahren noch eher dafür bekannt, so eine Art Ausbildungsmannschaft, ein Ausbildungsverein zu sein. Viele junge Spieler sind dorthin gewechselt. Haben sich weiter gebildet. In Anführungszeichen. Und haben den Verein dann eben später verlassen. Zum Teil auch für ein bisschen Geld. Aber von Kräuter Fürth steht eigentlich auch selbst für gute Jugendarbeit. Ich denke da zum Beispiel an einen Nikolai Müller. An einen Edgar Pripp. Felix Claus. Einen Roberto Hilbert zum Beispiel. Also es wurden auch schon einige gute Spieler hier ausgebildet. Während Kammerbauer wieder die Flanke, die rechte Flanke hinunter läuft. Und diese Flanke zu bringen. Allerdings abgewehrt von, ich habe gar nicht gesehen, von wen es war. Von Guganic war es glaube ich. Vor Lukas Höller, der dort gelauert hat. Halbe Stunde schon durch. So die hundertprozentigen Torchancen fehlen noch. Münster optisch minimal überlegen. Aber die klaren Tormöglichkeiten, die fehlen halt noch. Der Sola, der Mann mit dem Helm im Strafraum, kommt nicht ganz dran. Und ein Zuzi Tocco. Probiert es einfach mal! Warum denn nicht? 33. Minute. Nach einer Ecke mal dieser Distanzschuss. Und der Ball fällt auf einmal wie so ein Stein noch. Der sah im ersten Moment gar nicht so gefährlich aus. Deutlich zu hoch angesetzt. Aber der ist nochmal gefährlich runtergekommen. Aber Megeri, ich nenne ihn jetzt Maggi, weil ich den Namen nicht so richtig aussprechen kann. Soll nicht beleidigend sein oder so. Aber ich nenne jetzt den ungarischen Keeper Maggi. Den führter Keeper Maggi im Tor. Kovidanski. Nächster Distanzschussversuch. Und der nächste gleich hinterher. Joel van Leeuw. Der war allerdings mit seinem schwächeren rechten Fuß gefeuert. Deswegen kein Problem für den Schlussmann der Kleeblättler. Mal gucken, wie viel Glück die Kleeblättler heute brauchen, um die Preußen Münsteraner wirklich unter Druck zu setzen. Bis dato haben wir das ganz gut im Griff. Aber dann der Fehlpass von Giasola. Weil Al-Hasameh dem Pass auch nicht entgegen gegangen ist. Jetzt das Foulspiel. Aber Vorteil. Omladic. Deslovene. Kriegt den Ball irgendwie zu Nerey. Das ist Giasola. Hasameh im Zweikampf. Und auch das wird zurückgefiffen. Ihr habt gerade die Statistik oben links gesehen. 7 zu 0 Schüsse. Aber jetzt könnte es sein, dass die Gastgeber, und da hat sich Jürgen Giasola den Ball geschnappt, dass die jetzt hier ihren ersten Torschuss in der 41. Minute bekommen werden. Und wir sehen da den Mann mit der 4. Guganik, der Österreicher, hält sich immer noch die Schulter. Fraglich, ob er bis zum Ende dieses Spiel jetzt noch durchhalten wird. Geschätzte 30 Meter Torentfernung. Oder wird das eine Freistoßvariante? Wenn es eine Variante sein sollte, war sie relativ schlecht ausgeführt. Aicicek müsste es gewesen sein. Ehemaliger Bremer. Hat für den SV Werder Bremer einige Bundesligaspiele auch absolviert. Aber dort nicht so wirklich den Durchbruch geschafft. Rösela mit der Hacke. Und wieder Al-Hasameh auf dem Vormarsch. Im Zusammenspiel mit Kovidanski, mit Höhler. Schocko kommt da angelaufen. Höhler macht selbst. Nochmal Höhler über Umwege. Und Al-Hasameh, das gibt es doch nicht. 44. Minute. Das war mit Abstand die größte Möglichkeit in dieser Partie. Und der Ball muss eigentlich rein. Also der Kopfball von Al-Hasameh. Muss eigentlich rein. Höhler zuvor. Mit dem Lattenschuss. Unterkantelatte. Und den Rebound kann Giron Al-Hasameh leider nicht verwerten. Aber der nächste Angriff läuft. Auch Van Niefs. Aber Van Niefs Pass kommt da leider nicht ganz zum Mitspieler. Ernst. No way. Kovidanski. So halb dazwischen. Kovidanski eilt mit zurück. Umladic mit der Täuschung zurückgelegt. Schussmöglichkeit. Und da war die erste Abschlussmöglichkeit. Die erste ernstzunehmende. Doorsun rutscht da noch leicht ab. Der Mittelstürmer mit seiner ersten gefährlichen Aktion. Aber Körper im Tor. Der Münsteraner muss nicht eingreifen. Noch ein paar Sekunden. Dann ist die Halbzeit. In Fürth. Genau jetzt ist es der Fall. Trotzdem. Ja. Sagen wir mal. Zarter Applaus von den Rängen hier. In Fürth. Ein Topspiel. Ein absolutes Topspiel. Sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber wie schon eingangs erwähnt. Ich glaube Preußen Münster wäre hier mit einem Punkt heute höchst höchst zufrieden. Wir halten weiterhin die Null. Das soll ja auch unsere Hauptstärke während der Saison werden. Unsere gute Defensive. Hier nochmal ein paar Abschlussmöglichkeiten. Zuzi Toko nochmal hier mit dem Distanzschuss. Und kurze Zeit später waren wir nochmal mit Lukas Höhler und Alhassame ganz nah dran. Am Führungstreffer. Also laut Spielinfo sind wir sogar die deutlich überlegene Mannschaft. 94% Passgenauigkeit. Das ist selbst für Preußen Münster Verhältnisse ein sehr sehr guter Wert. Also ich würde sagen einfach so weitermachen. Alhassame ist schon ein bisschen angeschlagen. Da werden wir wahrscheinlich im Verlauf der zweiten Hälfte Nico Neidhardt einwechseln. Aber erstmal geht es ohne Veränderung weiter. Auf beiden Seiten. Nur die Seiten wurden getauscht. Preußen Münster spielt jetzt von links nach rechts. Mit Joel van Yves. Toko. War so nicht unbedingt gewollt. Aber kommt eben an. Toko, Kubilanski. Und das ist Joel van Yves. Geduldig und clever auf die Lücken gewartet. Und bietet sie uns an. Und Joel van Yves nutzt sie aus. Führungstreffer. Kurz nach Wiederbeginn. Manche Zuschauer haben noch gar nicht den Weg zurück zu ihren Plätzen gefunden. Da trifft Joel van Yves. Das erste Mal im Trikot von Preußen Münster. Bleibt da ganz cool. Schiebt unten ein. An Maggi Megery. Vorbei den ungarischen Schlussmann. Zur Freude von ihm hier. Friedwin Feige. Die Zuschauer im Hintergrund. Könnt's nicht fassen. Das ist kein guter Start für Kreuter Fürth in diese zweite Hälfte. Joel van Yves. Erstes Tor. Für den holländischen Neuzugang vom FC Groningen. So. Und spätestens jetzt ist Kreuter Fürth dazu angehalten, ein bisschen mehr für dieses Spiel zu tun. Der Überraschungstabellenführer geht auch hier in Fürth in Führung. Und ich glaube, die Kleeblättler wissen gerade so gar nicht, wo ihnen der Kopf steht. Deswegen sofort weitermachen. Kein Abseits. 2-0. Doppelschlag. Lukas Höhler. Pfiffe jetzt vom Publikum. Also Fürth. Was ist das für eine Abwehr? Oh, das war glaube ich aber mini, mini, mini mal. Bin ich mir nicht sicher, ob Lukas Höhler da vielleicht sogar doch im Abseits stand. Aber Fakt ist, das Tor zählt. 2-0. Und die Vorlage kam, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, von Joel van Yves. Ein Tor, eine Vorlage und Höhler erzielt sein drittes Saisontor im vierten Saisoneinsatz. Der Neuzugang aus Sandhausen hat sich sehr gut eingefügt. Aber das gilt bis dato für alle unsere Neuzugänge. So, Umladic. Auch er bleibt hängen. An Al-Hazameh. Das ist mit Kreuter Fürth hier los. Das ist eine bis dato ganz schwache Leistung. Es ist ja nicht mal so, als würde Preußen Münster hier die Gastgeber an die Wand spielen. Nächster guter Ball von Van Yves Al-Hazameh. Kubi Lanski versucht den Ball nach innen zu bringen. Gelingt nicht ganz. Aber es geht weiter mit Einwurf. Und jetzt reagiert der führte Manager. Doppelwechsel. Dorsum geht. Und Alcicek. Zwei Offensivspieler raus. Und ich nehme an, zwei neue Offensivleute rein. Alles andere würde keinen Sinn machen. Philipp Hofmann. Ehemaliger deutscher U21 Nationalspieler kommt. Und Manuel Torres. Ehemaliger Karlsruher. Jetzt ebenfalls mit von der Partie. Frische Offensivkräfte. Leon Schweres. Mit der Flanke aus dem Halbfeld. Flughoffball. Hoganik kann erstmal klären. Da ist Hofmann. Klassischer Neuner mit der Rücknummer 11. Das erste Mal am Ball. Diasola. Sein langer Ball findet nicht Manuel Torres. Sondern Patrick Kammerbauer. Und der leitet direkt den nächsten Gegenangriff ein. Und Sozi Toko. Ah, muss dem Ball da entgegen gehen. Bleibt leider stehen. So kann Fürth dazwischen gehen. Bittek. Der Linksverteidiger. Auf Ernst. Ehemaliger Würzburger. Umladic. Wieder Ernst. Der Spielmacher. Wird da nicht richtig attackiert. Gut durchgesteckt. Zu Philipp Hofmann. Also die beiden neu eingewechselten Offensivkräfte. Bei den Gastgebern. Bringen frischen Schwung. Und gute Parade von Nils Jonathan Körber. Das erste Mal gefordert. Und er ist hellwach. Ist auch schwierig für einen Torwart. Wenn er eine Stunde lang wirklich überhaupt nichts zu tun bekommt. Aber dann im richtigen Moment auf dem Punkt wirklich wach sein muss. Erste Ecke. Umladic. Hofmann. Tocco wirft sich da irgendwie mit seinem Körper dazwischen. Rizzi. Kontermöglichkeit. Das war gut gespielt. Kobidanski auf Höhler. Schneller als Torres. Wird abgedrängt allerdings. Und verliert dann den Ball gegen zwei weiße Verteidiger. Schade. Trotzdem. Im Ansatz gut zu erkennen. Und Höhler. Ist laufstark. Und holt sich diesen Ball für sein Team zurück. Also er macht nicht nur Tore. Sondern spielt auch sehr mannschaftsdienlich. Und jetzt werden wir auch ein bisschen durchwechseln würde ich sagen. Hasame. Auch heute wieder ein gutes Spiel gemacht. Der Spiel des Monats August. Neidhardt. Unser Dauerjoker. Sozusagen. Für links. Als auch für die rechte Seite. Heute kommt er für Alhazame. Und ich denke wir bringen heute auch nochmal. Wobei wir bringen Gressel. Komm. Wir bringen Julian Gressel. Für den Mann des Spiels. Wenn man so will. Für Joel. Vaniv. Superspiel gemacht. Doppelwechsel bei der nächsten Spielunterbrechung. Dieser Julian Gressel übrigens. Falsche Taste. Hat übrigens in der Jugend. In der A-Jugend von Greuther Fürth gespielt. Bevor er mal irgendwo in die Oberliga ein paar Spiele gemacht hatte. Und schlussendlich dann in die USA gewechselt ist. Und dort hat er im letzten Jahr seine Karriere einen großen Sprung gemacht. Und jetzt ist er mittlerweile beim Aufsteiger bei Preußen Münster. Kammerbauer mit der Hereingabe. Und Tocco bleibt da am gegnerischen Keeper erstmal hängen. Aber steht schon wieder. Halb. So wählt anscheinend. Alhazame auf Rizzi. Tocco. Aber die Fürther, die kommen auch kaum in die Zweikämpfe. Ernst. Wittek jetzt immer auf der rechten Seite. Eigentlich ja Linksverteidiger. Iazoda bemüht um Spielaufbau. Aber ganz, ganz schwierig in dieser Situation, in dieser Phase. Manuel Torres. Vorbei an Schweras. Legt den Ball nochmal zurück. Newey. Mit ein bisschen Glück. Pinter. Der erfahrene Ungar. Von ihm noch gar nichts zu sehen. Wieder Wittek. Umladic gegen Alhazame. Wittek zurück zu Umladic. Auf Hofmann. Nochmal zurückgelegt. Jasoda. Und der Ball wurde, ich weiß nicht ob vom Freund oder Feind verlängert. Auf jeden Fall hat Körber den Ball am Ende sicher. Viertelstunde noch. Nicht mal mehr eine Viertelstunde. Es gab immer noch keine Spieleunterbrechung. Jetzt mal der lange Ball. Das lange Holz von Dion Schweras. Kammerbauer. Gut verteidigt von Newey. Pinter. Torres. Startet führt hier noch eine Schluss-Offensive. Vaniv. Kammerbauer. Auch er schon sehr müde. Kann aber ein bisschen traben. Kammerbauer. Höhler. Gute Flanke. Megiri. Maggi dazwischen. Ernst. Und immer noch keine Spielunterbrechung. Keine Chance hier. Auf einen Wechsel. Opala. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will immer die Start-Taste drücken. Und nicht die Dingens-Taste. Dann werden wir unseren letzten Wechsel auch noch mal eben vollziehen. Waschewski darf auch noch mal für ein paar Minuten ran. Für Martin. Kovidanski. So. Wenn das Spiel dann irgendwann vielleicht doch noch mal unterbrochen werden sollte. Wittek kommt noch mal. Alhazameh. Auch nicht mehr ganz frisch. Körperlich gesehen. Flanke rutscht durch. Zweiter Ball. Pinter. Fehlpass. Aber dann der Fehler. Von Vanifas glaube ich. Und nochmal die Möglichkeit. Jetzt also der Dreifachwechsel. Ich weiß nicht warum die Fürther Fans da gerade so pfeifen. Wollen wir einen Elfmeter gesehen haben. Ich weiß es nicht. Giazola. Auf jeden Fall am Rande des Erlaubten in diesem Zweikampf. So geht es immerhin die Ecke. Körper mit der guten Parade. Das soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Neidhart. Ball nicht weit genug geklärt. Und nochmal der Abschluss. Diesmal von Caligiuri. Dem Innenverteidiger mit aufgerückt. Aber genau. In die Hände. Von Körba. Und da haben wir Niko Neidhart. Erste Aktion. Im Zusammenspiel mit Gressel. Und er wird doch nicht oder? Er hätte fast. Also seine Flankenläufe die von Niko Neidhart. Die sind ja jetzt schon eine echte Waffe. Hier konnte Lukas Höder den Kopfball leider nicht. Mit genügend Kraft versehen. Deswegen kein Problem für Megari. Und es gibt nochmal Freistoß. Drei Minuten. Nachspielzeit gibt es. Aber ich glaube wir können uns schon relativ sicher sein. Da wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Der Aufsteiger aus Münster. So sieht es aus. Wird den ersten auswärts. Dreier. In dieser Saison. In der zweiten Liga einfahren. Es wäre der dritte Sieg. Im vierten Spiel. Und auch das wieder super zurückgekämpft. Von Lukas Höder. Kein Foul. Und dann ist Schluss. Und hört ihr das? Pfiff vom vierter Publikum. Die hier, die pfeifen natürlich nicht. Die Fans von Preußen Münster. Die hier mit angereist sind. Die sind voll happy. Genauso wie Friedolin Feige. Und die Mannschaft. Die Spieler. Und alle die zum Personal noch dazugehören. Lukas Höder. Heute wieder. Seine Schuldigkeit getan. Ein Tor gemacht. Und wirklich auch sehr viel Defensivarbeit. Vollrichtet. Also. Nach dem Doppelschlag. Kurz nach der Pause. Van Nief und Höder. Die beiden Neuzugänge treffen. Zum. Zwei. Zu null Erfolg. Kann. Gerne. So weiter gehen. Denn damit haben wir bereits. Zehn. Punkte. Auf dem Konto. Und die kann uns. Keiner. Mehr nehmen. Das war wirklich überragend. In der ersten Hälfte. Der Preußen. Wo wir uns viele Chancen erspielt haben. Im zweiten Durchgang haben wir gar nicht so viel mehr gemacht. Wir hatten eigentlich nur zu Beginn. Die zwei Torchancen. Die haben wir dann genutzt. Grotter Fürth wurde dann ein bisschen stärker. Aber. Konnte halt nicht. Nils Jonathan Körber überwinden. Van Nief übrigens Man of the Match. Mit einem Tor. Und einer Torvorlage. Habe ich also doch richtig gesehen. Kobi Lanzi ebenfalls mit einer Vorlage dazu. Seine erste in dieser Saison. Und die Noten. Ihr seht es. Die sind einfach durchweg gut. Mal wieder eine grandiose Mannschaftsleistung. Und ein verdienter 2 zu 0 Erfolg. Für die Preußen aus Münster. Hannover steht Eintracht Braunschweig. Ebenfalls mit 2 zu 0 im Derby. Düsseldorf-Sandhausen trennen sich 1 zu 1. Und wenn wir gleich auf die Ergebnisse gehen. Wir gehen nochmal eben einen Tag voran. Dann haben wir alle Ergebnisse im Überblick. Jugendspieler löst Vertrag auf. Böhm Graf. Ja das schert uns relativ wenig. Und Niko Neidhardt sagt die letzte Partie. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Er ist also zufrieden, dass er zumindest eingesetzt wurde. So da haben wir ihn also auch bei Laune gehalten. Aber jetzt wollen wir uns ganz kurz die anderen Ergebnisse noch anschauen. Dieses vierten Spieltages. Angefangen mit den Freitagspartien. Da gab es auch schon wieder sehr viele Unentschieden. Heidenheim gegen Freiburg 1 zu 1. St. Pauli schlägt Ingolstadt 1 zu 0. Bielefeld-Regensburg Torlos 0 zu 0. Bochum-Nürnberg 2 zu 2. Aue gewinnt in Kaiserslautern mit 1 zu 0. Braunschweig unterliegt Hannover also 0 zu 2. Düsseldorf-Sandhausen unentschieden 1 zu 1. Fürth live gesehen 0 zu 2 gegen Preußen Münster. Und Dresden schlägt im Montagabendspiel die Würzburger Kickers mit 1 zu 0. Und das hat folgende Auswirkung auf die Zweitliga-Tabelle. Preußen Münster bleibt also an der Tabellenspitze. Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, neun geschossene Tore, noch kein einziges Gegentor. Also Friedrich Feige hat hier auf jeden Fall ein Zweitliga-reifes Team auf die Beine gestellt. So sieht es zumindest zwischenzeitlich aus. Aue verbessert sich auf Platz 2. Hannover der Absteiger auf Platz 3. Führt, fällt auf Platz 4 zurück. Braunschweig und Dresden knapp dahinter mit 7 Punkten. Aber ihr seht es, diese zweite Liga ist so unfassbar eng. Hier kann wirklich jeder jeden schlagen. Und das kann in ein, zwei Spieltagen schon wieder komplett anders aussehen. In Ingolstadt im letzten Jahr noch in der Relegation gescheitert am HSV. Aktuelles Tabellenschlusslicht. Hätte man vielleicht auch so nicht erwarten können. So, jetzt stellen wir erstmal wieder das Training ein. Und das habe ich glaube ich zwischenzeitlich minimal umgestellt. Ich habe Kammerbauer mal eine Einheit mitgegeben. Und auch unser zweiter Keeper Böhm darf mal wieder eine Einheit mitmachen. Because he can. Because why not. Und guckt euch das mal an. Das war eine richtig gute Trainingswoche. Waschewski zweimal A. Heinrich ebenfalls unter A. Kammerbauer B. Böhm, unser zweiter Keeper war nicht so stark. Aber das sei ihm verziehen. Also, ich glaube das habe ich in den letzten Parts häufiger schon mal erwähnt. Es läuft. Rundum. Ich habe übrigens Offscreen auch mal schon wieder neue Scout Aufträge festgelegt. Kann ich mir noch ganz kurz zeigen. Und zwar suche ich schon wieder Spieler zwischen 22 und 28, dessen Verträge zum Saisonende auslaufen. Vielleicht ist der ein oder andere interessante Spieler dabei. Und ich suche auch noch junge Talente, die vielversprechend sind und auch schon gute Werte im Tempo-Bereich haben. Auch wenn ich nicht glaube, dass da viele Spieler gefunden werden. Bis auf, ja, ich sag mal die Standart-Talente. Die Super-Talente wie zum Beispiel Ray Snelson oder Sassignon vom FC Fulham. Beziehungsweise hier ist er nach Amiens, glaube ich, gewechselt nach Frankreich. Das werden so Spieler sein, die mich nicht so interessieren. Primär liegt das Augenmerk sowieso auf die Spieler, dessen Verträge auslaufen. Wenn wir denn überhaupt Verstärkung zur nächsten Saison brauchen... Okay, das war jetzt irgendwie scherzhaft gemeint. Natürlich brauchen wir auch zur neuen Saison Verstärkung. Aber wahrscheinlich nicht so viele wie in der vergangenen Saison. Unsere Beliebtheit übrigens auf 86 gestiegen. Und die Finanzen sind auch wieder ein bisschen hochgegangen. Also, ich kann es nicht häufig genug sagen. Man kann hier momentan echt rundum zufrieden sein. Holy Shit! Transferüberblick können wir noch kurz zwischendurch gucken. Denn, obwohl das Transferfenster geschlossen ist, können ja immer noch Transfers durchgeführt werden. Die werden natürlich dann erst zur Winter-Transferphase durchgeführt. Ja, aber zum Beispiel wechselt zum AS-Saint-Etienne. Auch viele Leit-Transfers unter anderem dabei. Klünter, okay, der ist jetzt zu Köln. Verschäbelt Klünter für 4 Millionen Euro Richtung Guincamp nach Frankreich. Auch interessant. Was ist mit den FC Southampton los? Erst haben sie Seppsy aus Nürnberg verpflichtet. Jetzt Pahrensen von Union Berlin. Muss man nicht verstehen. Kevin Stöger, unser ehemaliger Schützing aus FIFA 17. Wetzelt für 3 Millionen Euro zu Dynamo Dresden von VfL Bochum. Union Berlin verpflichtet Adrian, ehemaliger Spanischer Junior-Nationalspieler vom FC Porto. Der FC Porto wird auch, glaube ich, leer gekauft, oder? Oh, guck mal, Alanou. Der stand eine ganze Zeit lang, beziehungsweise er steht immer noch auf unserer Wunschliste. Wechselt zum FC Sion in die Schweiz. Lukaku, der Bruder von Romelu Lukaku, wechselt zum FC Redford. Wir haben auch schon den einen oder anderen Top-Transfer getätigt. Tyson leihweise zum SNFC Köln. Renato Sanchez verlässt den FC Bayern nun endgültig für 21 Millionen Euro Richtung West Bromwich. Und ich glaube, die anderen Transfers haben wir dann schon gesehen. Deswegen können wir, ohne zu zögern, fast ohne zu zögern, weiter zum nächsten Spieltag. Und dort treffen wir auf den VfL Bochum. Auf den Klub von Eugen Eukalyptus, wenn man so will. Und es wird übrigens eine sehr ereignisreiche Woche. Denn wir haben innerhalb der nächsten sechs Tage drei Spiele. Liebe DFB, liebe DFL, was zur Hölle soll das? Wir müssen am Mittwoch spielen und dann zwei Tage später am Freitagabend direkt wieder gegen Nürnberg. Holy Shit. Also Bochum, Bielefeld, Nürnberg. Drei Vereine nacheinander, die reichlich Bundesliga-Erfahrung haben. Drei, man kann glaube ich sagen, ehemalige Fahrstuhl-Mannschaften, oder? Die häufig mal zwischen 1. und 2. Liga weg sind. Unter anderem dann also auch noch Bielefeld. Das verhasste Derby steht unter der Woche dann auch noch an. Holy Shit. Also das wird eine sehr interessante Woche. Und ich glaube, am Ende dieser Woche werden wir dann auch feststellen, wo die Mannschaft von Frigolin Feige wirklich stehen wird. Vier Spiele, zehn Punkte. Viel mehr geht halt nicht. Man kann, ich sag's nochmal, einfach nur zufrieden sein. Mal gucken, ob wir diese Frühform in dieser Saison noch weiter hoch halten können. Beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Müssen wir also gegen unsere alte Liebe in Anführungszeichen aus FIFA 17 spielen. Nämlich gegen den VfL Bochum. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch. Dann werdet ihr bestimmt wieder einschalten, was mich sehr freuen würde. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sagt euer Killer.